Heute ist der 15.06.2020. In Peking ist Pandemiewelle 2 ausgerufen worden, was natürlich für Jens Spahn, unseren Pharma-Lobbyisten, natürlich ein willkommenes Fressen ist. Und sein Notstandsgesetz hier in der Bundesrepublik auszurufen, was für uns heißt, als Reservisten, als Soldaten, als Polizisten gegen unser eigenes Volk vorzugehen. Warum sage ich gegen? Weil unsere Regierung gegen unser Volk ist. Wir sind alle aufgewacht. Unsere Kinder sind zu Hause, unsere Alten vereinsamen. Und wir dürfen erst den Lockdown aufheben, wenn es einen heiligen Impfstoff gibt, der noch gar nicht geprüft wurde oder in anderthalb Jahren verfügbar ist. Ganz Europa ist schon komplett maskenfrei. Nur wir Deutsche sind wie die Schafe immer noch mit den Masken am rumlaufen. Das darf nicht sein. Wir werden gechippt. Wir werden geimpft gegen unseren Willen. Und ich als stolzer Deutscher, als Soldat der Bundeswehr, als Panzergerner, dir mit Ehre im Leib, habe nach 100 Jahren ausbluten oder mit zuzusehen, wie 100 Jahre lang das deutsche Volk ausblutet, keinen Bock, sowas mitzumachen. Ich verweigere jeden scheiß Befehl von Schwarz-Rot-Gold, weil das ist nicht unsere Farbe und das ist nicht unser Volk. Die Leute scheißen auf uns. Und wir werden nicht rumlaufen, Leute einsammeln, um irgendein chinesisches Einparteien-Kommunisten-Zionisten-System hier einzuführen. Oder durchzusetzen. Das darf nicht sein. Das werden wir nicht tun. Also wenn ihr Ehre im Leib habt, schließt euch zusammen. Polizisten, Soldaten, Reservisten, alle Patrioten, schließt euch zusammen. Kommt auf die Demos, reicht euch die Hände. Nicht angreifen physisch, aber zeigt Präsenz. Wir müssen alle 80 Millionen zusammenhalten. Nur dann kriegen wir den Teufel aus der Hölle getreten und machen den Stuhl frei für jemanden, der uns wirklich liebt und führen kann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017